herzlich willkommen zu diesem neuen video auf dem kanal und heute tun wir mal reacken und irgendwie ist die qualität gerade ein bisschen schlecht am hd bitteschön so vollbild und ja würde ich sagen gehen wir einfach mal was ist das dann schauen wir uns das halt auf youtube an so hat er meine playlist ist nicht mitgezogen egal aber die sagen wir ansehen to react und wir schauen uns heute hier paar clips an weiß nicht ob wir alles direkt in einem video machen aber wir sagen mein tag der stadt herr to watch kompletten haste wo man kann subscribe in the next five seconds for a week of good luck wirst du working on however we've been doing this project ein bisschen leiser oh mein gott der sucht sich noch zu retten die dummheit er dachte schon er sei safe was ich check's nicht schlägst du auch mal oder und alter fällt sogar noch um jetzt kommt er wieder mit seiner werbung uff einfach mal ist die qualität so scheiße machst du auch irgendwas oder guckst du einfach nur zu oh mein alter oh ganz krasses block place jetzt und er verkackt ist einmal was passiert gleich ja ja das ist dein dein problem wirklich wenn man sich mal vorstellt man ist so weit in der hardcore welt und stirbt dann an einem creeper ey das ist ärgerlich der fliegt selbst irgendwo dagegen und klatscht dann runter oh mein gott alter oh mein gott alter mhm 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 Ey, in Seif rennt das gleich in eine Lava-Gruppe rein. Oder unterm Baum. Och, der braucht, man mag, der braucht auch einfach nichts. Bumm! Oh mein Gott! Bumm! Alter, warum... Und jetzt wird er sich... Man kann ihm netter kein Wasser platzieren. Oh, hier krasser Monster-Fight. Er stirbt, er stirbt. Nein, du... Alter, was macht der immer? Ey, der spielt echt den Scheiße zusammen. Oh, der flieger im Face. Oh! Oh, fliege, fliege, fliege! Alter, das ist ein Creeper! Hallo! Er hat keinen Bock mehr, er hat definitiv keinen Bock mehr. Ich glaube, die Fliege hat dich getötet. Man hätte den jetzt instant tot, Alter. Ich hab's doch gesagt, Grazer! Wollt ihr mich? Und er stirbt, der Creeper, er stirbt, der Creeper! Genau, versteck dich, komm Sneak, damit der Creeper dich nicht sieht! Ist nur von Minecraft gesteuert und kann nicht auf dich Wände detecten, aber... Sneak am besten! Oh, mein Gott! Ich hab sogar blockiert... Und er hat auch mal gegen Creeper verloren! Jetzt wird man gegen Creeper verloren! Sein Chat ist GG! Ha, ha, ha! ... Ey, Junge, was ist mit dir los? ich bin enttäuscht was mit minecraft los ist so most insane 200 eq plays jetzt schauen wir uns Leute an egal eq plays gemacht haben und er wird hochgeschleudt er wird hochgeschleudt Alter oh mein Gott das stimmt das stimmt oh mein Gott das war so close oh mein ey das ist so meine Reaktion wenn mich jemand mit Block trippt oh Block ich renne trotzdem noch dagegen oh mein Gott Alter Alter hier fragt man sich immer echt was mit den Leuten los ist Alter ich bin ehrenfreund dass sie sich überhaupt gerettet hätte ich weiß nicht ob King Oli mich gerettet hätte ich hab da hätte gesagt oh ich stirb halt ähm das war einfach nur ein Water-Image aber ok weißt du was wenn das hier so gut ist dass man ein Water-Image nicht macht so nein falsches minecraft das möchte ich nicht haben das ist minecraft igit das böse minecraft weg damit so ich sag euch ich krieg das hin ich krieg das hin Singleplayer ähm bauen heißt es glaube ich genau wo ich ein bisschen Blötchen übe und alles das ist so ein Wassereimer game mode survival slash tp nach relativ relativ 30 relativ hab nichts gesagt mhm bist du so gut oh mein Gott ich wusste es dass ich so reinführen werde ich wollte es aber trotzdem beweisen ey wofür ich mich krass fühle weil ich denke so oh geil das Mädchen hat es so geil angesprochen ey die würde mir auf jeden Fall zurückschreiben Und dann krieg ich einfach einen Korb, heute, ey. Das war so traurig. Zwar hat er so ein Profil drin. Jo, ähm, ich bin bei der freiwilligen Feuerwehr, blablabla. Ich so, okay, geil. Komm, mach jetzt, schreib, wie ich eine geile Anmache. Ah, ich hab gelesen, du bist bei der Feuerwehr. Willst du, dass du Feuer in meinem Herz löschen? Und ich so, okay. Dann mach ich jetzt nämlich ein CO2-Feuerlöschen, weil dann bist du tot. Und seitdem hat sie mich ignoriert und geblockt. Ah! Freut sich, wenn jemanden findet, ja? Let's f***ing go! Let's go! Oh mein f***ing God! Let's go! Jo? Oh, do you want to show your chance at the bottom? Yeah, let's do it. Hahaha! 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 Oh mein Gott, das war so. Das war so ein geiler, krasser Moment. Er nutt einfach Sand auf für einen Block MLG und schafft es halt noch sogar. Er nutzt es einen ganz kurzen Moment aus. Ohoho! Oh mein Gott, der Gau-Laga, sit down, Junge! Sit down! Oh, er macht den, er macht den. Einen auf den. Ja, und jetzt kriegt er kein Fall Damage. Ja! Er macht den Sky Wars. Pfff! Oh mein. How? Wie? 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 Komm, Josef! Grüße gehen raus an die Joe Crofts an der Stelle mal. Komisch, dass wir vielleicht fast den gleichen Namen haben, aber ja. Diamante! Vamos! Al fin! Por fin! Es war la buena. Ah, halt, das kenn ich schon. Warte mal, ich beende das Video jetzt hier. Ne, das stelle mir, sozusagen, wir gucken jetzt im nächsten Video nochmal zwei Videos an. Und ich weiß schon, was wir als nächstes Video machen. Und ich sage, macht's gut, bis jetzt mal und ciao, Leute!